Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dead by Daylight und ich bin der Dredge und mein Totem steht echt bescheiden. Naja, gehen wir mal auf die Jagd, um die Leute zu töten und zu versklaven. Ersteres ist mir lieber. Los geht's! Na, los geht's ab. Komm, dau. Bin ich schon der Nebenschlag? Aha, komm schon. Ah. Heute bin ich echt nicht gut drauf. Nein, geh nicht da rein. Danke. Alter, ist das dann weit weg. Ja, warte mal. Werde ich nicht so stark? Ich muss dich da rüber tragen. Ja, ja. Ich weiß. Ja, geh also aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oder ist nicht was. Mist! Oh, Rubber Bandy! Komm schon, ey! Was das der Zeit drinnen ist, ist jetzt echt nervig. Ja, gut, wenn es so dreist ist, hä? Hallo! Ich bin's! Johnny! Ah, der Tat! Ja, einmal muss ich dich doch erwischen. So, jetzt dräng ich dich mal kurz hier rüber, denn ich muss kurz zum Auto-Werkstätten. Hä? Hä? Dankeschön! Ah, läuft ja an den Bar, sagen wir mal so. Läuft nicht ultra geil, aber läuft nicht so schnell. Ernsthaft? Jetzt sind die gerade abgehauen? Was soll denn der schmarrn? Aha! Och, komm schon, Mann! Du legst es aber auch drauf an, hä? Oh, schon wieder Rubber. Ja, ja, kommt sie. Irgendwann kriege ich die doch. Nein! Mein Totem! Nein, mein zweites Totem! Oh Gott! Muss ich den zweimal hauen. Das ist doch ein Bächter war auch. Ah, das geht schon wieder fast zu lange, ey. Ja, ja. Aber jetzt wird es auf alle Fälle sterben. Ja, Rekord. Oh, da, 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 da. Da hinten. Nee. So. Ei, 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 ei. Ich hätte da was mitgegeben, mir. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, es war zu erwarten, dass das Speed-mäßig jetzt geht. Ah, wieder ein Sprint-Boost. So. Einmal haken. So. Sorry, aber ich muss dich jetzt rausnehmen. Vielleicht hast du einen Strike, dann hast du Glück. Nope. Kein Strike. Alles klar. Ja. Ja. Jetzt bist du dran. Ja, ja, dann machen wir es halt so. Sag dich doch. Äh, dich nehme ich mal. Mal schauen. Strike. Ja, kein. Passt. Perfekt. Alles klärchen. So, häng mal nicht runter. Wo ist die Kollegin? Hi. Und du. Uiuiuiuiuiui. War ja sogar noch relativ knapp, aber ich habe alle erwischt. Oh yeah. Schaffe ich es noch? Bonuspunkte. Ja, so. Ich hoffe es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.